Und ich glaube, um hier ganz kurz auch vielleicht ein bisschen politisch zu werden, mache ich nicht oft, es tut unserem Land nicht gut, wenn wir immer überlegen, wo kriege ich irgendetwas noch einen Cent billiger. Wenn ich ständig vergleiche, immer nur überlege, Hauptsache ich zahle weniger, Hauptsache ich kriege es günstiger, egal wie die Kette davor ist, egal ob da Hungerlöhne bezahlt werden, egal ob es halt im Ausland ist, wo Leute einfach nicht gleich fair behandelt werden, Hauptsache ich muss weniger zahlen. Ich glaube zutiefst, dass das auf lange Sicht über eine ganze Generation oder zwei genau dem Land schaden wird und genau uns schaden wird. Unser eigener Wohlstand ist bedroht, wenn wir alle geizig sind. Aber wenn wir alle sagen, es ist mir wichtig, dass alles, was ich kaufe, auch so hergestellt wird, dass jeder, der in dieser Kette ein Teil davon war, auch wieder seine Rechnung bezahlen kann, dann blüht ein Volk auf.